Willkommen beim Podcast zum Event Ohne Sozial, kein Digital. Was will die Nachhaltigkeitsbank, der Partner für Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Deutschland, mit einer Plattform zur Förderung von Change-Prozessen in Organisationen und Unternehmen? Was hat es auf sich mit der neuen Tochtergesellschaft, dem Change-Hub? Anfang Februar wurde er in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt, im Rahmen eines digitalen Auftakt-Events. Welche Ziele setzt sich die Evangelische Bank mit ihrem Change-Hub? Fragen, die wir mit unseren Gästen im Podcast der Evangelischen Bank beantworten wollen. Mein Name ist André Tonn. Die Digitalisierung auch in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist in vollem Gang und schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran. Im Fokus muss aber auch künftig der Mensch stehen. Digitale Techniken sind für den Menschen da und nicht umgekehrt. Für Zukunftsforscher Tristan Horx ist das eine wichtige Voraussetzung für das soziale Miteinander. Es sprüßen überall digitale Neuerungen. Man sollte sich die genau anschauen und sagen, wofür helfen die? Und wenn man mit dieser Brille auf diese neuen Innovationen, die jetzt überall entstehen, draufschaut, dann wird sich das, glaube ich, relativ klar ergeben, welche Technologie zum richtigen Zeitpunkt jetzt wo, wann ist. Tristan Horx ist einer der prominenten Gäste beim digitalen Auftakt-Event im Change-Hub. Verbunden und vernetzt mit gut 300 interessierten Teilnehmern. Der Change-Hub will Menschen und Ideen zusammenbringen und so vereint der Gesundheits- und Sozialwirtschaft im Veränderungsprozess helfen. In der Sozialwirtschaft sind viele Kunden der Evangelischen Bank zu Hause. Die Bank begleitet und berät sie über den Change-Hub. Bei zentralen Fragen der Veränderung. Egal ob Geschäftsmodellinnovationen oder der bewussten Verankerung von agilen Arbeitsmethoden. Die Evangelische Bank unterstützt das Netzwerk Change-Hub mit einer Anschubfinanzierung. Im Zentrum von Berlin, nur wenige Schritte vom Bahnhof zu, ist der Change-Hub in ein ehemaliges Bankgebäude eingezogen. Geldautomat und Schalter wie auch Banker sucht man jedoch vergebens. Aus dem früheren Kassenraum ist eine Denkerzelle geworden. Im großen Open Space vom Change-Hub kann über das Heute und Morgen der Social Impact Community, wie der Change-Hub unter anderem die Gesundheits- und Sozialwirtschaft bezeichnet, diskutiert werden. Die Einladung steht. Ideen und praktikable Lösungen werden gesucht. Und der Change-Hub ist die Location dafür. Er eignet sich in der aktuellen Corona-Lager aufgrund seiner großen offenen Fläche auch für physische Begegnungen, erklärt Geschäftsführer Dr. Malte Friedrich Möller. Man kann hier mit Kleinstgruppen in einer vertrauten Atmosphäre arbeiten. Dafür sind Workshop-Räume gut, die vor allem auch das diskrete Arbeiten ermöglichen. Wir haben die Team Corner, wo man mit sechs Leuten im Open Space gut arbeiten kann und sich mit Vorhängen sozusagen ein bisschen akustisch abschotten kann. Aber vor allem, wo man auch mit mehreren Kleingruppen simultan arbeiten kann. Kreativität auf rund 700 Quadratmeter im Herzen Berlins. Hauptanliegen beim Change-Hub ist das Entwickeln von sinnstiftenden sozialen Innovationen. Dabei steht stets der Mensch im Mittelpunkt. Denn ohne Sozial kein Digital ist Thomas Katzenmayer, der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Bank, überzeugt. Die Social Impact Community, die hier heute entsteht, kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Die soziale Verantwortung könnte hier auf eine neue Stufe gehoben werden. Und auch wir als Bank beschäftigen uns natürlich mit der Frage der Finanzierbarkeit dieser Ideen. Können uns vorstellen, hier perspektivisch diesen Social Impact in Form von einer Fondsfinanzierung oder wie auch immer. Wir sind da am Anfang von Überlegungen, aber sie mögen daraus erkennen, wir denken hier schon eine Ecke weiter, um dann eben genau diese Möglichkeiten auch realisierbar zu machen, die wir vielleicht im Moment noch als tolle Gedanken oder vielleicht gar nicht realisierbare Gedanken in uns tragen. Mit dem von der Evangelischen Bank initiierten Change-Hub will das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzinstitut die Zukunft der deutschen Gesundheits- und Sozialwirtschaft mitgestalten. Die Bank reagiert mit dem Angebot vom Change-Hub auf einen konkreten Bedarf ihrer Kunden, erklärt Thomas Katzenmayer. Ich glaube, es braucht diesen Raum und es braucht das Erleben, damit man merkt, okay, da geht was, da kann man was anders machen und dann geht eben dahin, wo es die Bank jetzt hingestellt hat. Und ich glaube, das wird gut angenommen. Friedens Nobelpreisträger Professor Muhammad Yunus unterstützt das Bestreben der Evangelischen Bank. Der Sozialunternehmer aus Bangladesch war einer der ersten, der Menschen in seiner Heimat mit Mikrokrediten zielgerichtet den Weg zum eigenerwirtschafteten Einkommen ebnete. Heute betreibt Yunus eine Vielzahl sozialer Projekte und Unternehmen weltweit. In seinem Videogruß informiert er über Resultate der Zusammenarbeit in Netzwerken. In Bangladesch haben wir beispielsweise ein digitales Gesundheitsunternehmen, über das Gesundheitsleistungen auch in weit abgelegene Gebiete kommen. Es verfügt über Callcenter. Patienten werden direkt mit dem Arzt verbunden, so ist medizinische Beratung möglich, unabhängig vom Ort. Diagnosen werden erstellt und Patienten erhalten dann ihr Rezept. Das alles passiert übers Internet, über digitale und telefonische Verbindungen. Ähnliche Initiativen anzustoßen, dafür sei Deutschland der richtige Ort, meint Yunus. Deutschland sei eine Heimat für soziale Unternehmen. Deren Vorhaben müsse man zielgerichtet bündeln. Das will der Change-Up, verspricht dessen Chef Dr. Malte Friedrich Möller. Wir wollen uns gemeinsam vernetzen mit wissenschaftlichen Partnern, aber auch mit Sozialunternehmern. Und dann kann aus sozial auch digital werden. Change-Up-Geschäftsführer Malte Friedrich Möller begegnet Befürchtungen, dass mit Digitalisierung Pflegende und andere Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich wegrationalisiert werden sollten und stattdessen Roboter in die Pflegeeinrichtungen kommen. Diese Einschätzung teilt Dr. Peter Nehr. Der Präsident der Deutschen Caritas berichtet über Erfahrungen aus seinem Verband. Wir haben hier mittlerweile über 20 Beratungsfelder, die onlinemäßig zugänglich sind, auch im Bereich der Pflege. Die Caritas München ist hier in einem spannenden Projekt in der Frage von Robotik. Das bitte nicht gleich immer identisch setzen mit Pflegerobotern und sagen, das wollen wir alles nicht. Nein, sondern um genau bewusst zu sagen, wir brauchen auch im sozialen Bereich die digitalen Tools, um nicht das Menschliche auszublenden, sondern um das zu ergänzen. Unstrittig ist allerdings, dass sich durch neue Erkenntnisse im Umgang mit Digitalem unsere Arbeitswelt ja unser ganzes Leben verändert, stellt Ulrich Lilje fest, Präsident der Diakonie Deutschland. Diese grundlegenden Veränderungen müssten von uns allen aktiv gestaltet werden. Da glaube ich, das wird sehr viel konnektiver sein. Das heißt, das werden wir sehr viel mehr in unterschiedlichen Räumen mit sehr viel mehr unterschiedlicheren Menschen gemeinsam gestalten. Und uns dafür fit zu machen, ist genauso wichtig, wie dass wir die richtigen Laptops haben. Das Digitale kann das Soziale nicht ersetzen, allerdings sinnvoll ergänzen, betont auch Prof. Dr. Jutta Allmendinger. In der Diskussion spricht sich die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für ein vernünftiges Maß von digitalem und herkömmlich- analogem Miteinander aus. Und sie rät. Auch hier müssen wir aufmerksam sein, nicht entweder oder, sondern miteinander zu fragen, was müssen wir denn dringend und maßgeblich an analoger Kommunikation daneben stellen. Diese Fragen intensiv zu diskutieren und Lösungen zu finden, dazu lädt der Change Hub der Evangelischen Bank ein. Er ist Partner für all jene, die die Zukunft der Social Impact Community, also auch der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mitgestalten wollen. Das war der Podcast zum Event Ohne Sozial, kein Digital. Auf Wiederhören und bis bald, sagt André Tonnen.